hallo und herzlich willkommen ich möchte euch heute die polnische zeltbahn lavo größe 2 modifikationen mit reißverschluss und led vorstellen ein besonderer dank geht an die nähmeisterin mara die maßgeblich zum entstehen dieses schönen teils beigetragen hat ich wünsche euch viel spaß damit fahrt wohl so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020